Hey, was machst du denn da? Ich jage Monster mit dem Monster. Der Monster-Magnet ist zurück, Monster Slug in der Version 2.0. Sechs super fängige Dekore für jede Situation. Integrierte Luftkammer im Schwanzteil, damit der Köder immer perfekt gerade unter Wasser steht. Integrierte Glasrassel, um jeden Räuber auf sich aufmerksam zu machen. Ganz neu dazu die Monster Heads. Mit der Softskin-Technologie, das Blei ist eingegossen in Gummifischmaterial und wirkt so antistatisch. Zusätzlich ist der Haken mit antistatischem Material umzogen. So fühlt der Fisch kein Metall. Die Montage ist ganz einfach. Er schneidet vom Monster Slug ein kleines Stückchen vorne ab. Der Monster Head hat eine Screw. Das Ganze schraubt hier einfach drauf. Da entsteht eine perfekte Einheit aus Kopf- und Gummiköder. Auch von unten erkennt der Fisch keinen Unterschied zu einem echten Beutefisch. Den Monster Slug gibt es in zwei Größen. 25 cm und 20 cm. Und die Köpfe in zwei Gewichtsklassen. 55 g und 45 g. Damit ist kein Räuber sicher. Neben dem Pelagen kann man den Monster Slug allerdings auch super zum Jiggen benutzen. Oder sogar zum Surf-Jurken im ganz flachen Wasser. Probiert es aus. Zusätzlich zum Monster Slug gibt es jetzt auch den Monster Shed. Eigentlich der gleiche Köder mit den gleichen Features. Luftkammer hinten, integrierte Rassel, aber mit Paddle Tail. Zum Anwerfen von Fischen im Freiwasser eine absolute Bank. Und auch zum Jiggen auf Hecht und Zander einfach nicht mehr wegzudenken aus meiner Köderbox. Die etwas kleine Version solltet ihr unbedingt zum Zanderjiggen ausprobieren. Und wenn ihr mutig seid, hängt die große Version dran. Glaubt mir, ein 80er Zander macht damit keinen Kompromiss. Untertitelung im Auftrag des Zanderjig. Untertitelung im Auftrag des Zanderjig.